Für jede Menge Action ist auf dem IG BCE-Mitgliederfest gesorgt. Und auch der Spaß kommt definitiv nicht zu kurz. Das ist den Gewerkschaftsmitgliedern und ihren Familien deutlich anzusehen. Denn den ganzen Tag über dürfen sie ausprobieren, mitmachen und natürlich ordentlich feiern. Egal ob Bungee-Running, Kinderschminken oder mobiler Klettergarten, noch nie gab es so viele Mitmachaktionen auf der Zeche Zollverein. Ein tolles Fest für Groß und Klein.